Möchte ich aber mal was sehen hier. Ich muss langsam mal weg. Vielleicht muss man vorher noch Gold droppen. Lass das mal liegen! Nein! Ja genau, ich steppe dich das Gold und die können dann weiter drauf verdienen. Und damit wieder eine recht herzlichstes Willkommen hier zurück zu Kingdom to Crowns. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. So, Alpac gestartet und ich war schon drin. Weißt du wo wir stehen geblieben sind? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich kann dir jedenfalls nicht beitreten. Kannst mir nicht beitreten? Nein. Das ist schlecht. Kannst du mich einladen? Warte, ich geh nochmal auf Mehrspieler. Versuch mal jetzt. Ja. Okay, dann hat er einfach nur das Koop-Ding ausgenommen. Klient verbinden. Wo waren wir denn stehen geblieben? Wir wollten weiter auf die nächste Insel. Äh, ich hab keine Ahnung. Ja, dafür müssen wir erstmal das Schiffchen bauen, oder? Nee, wir sind auf der nächsten Insel schon. Da waren wir stehen geblieben. Ja, wir müssen die Angriffe links fahren. Ach ja, stimmt. Genau. Das Portal wollten wir kaputt machen. Stimmt, stimmt, stimmt. Und ich hab null Geld. Ja, genau. Es ist Winter. Nee, der Winter ist vorbei. Kein Schnee mehr. Ja. Aber an der Angriffswelle. Ja, Alter, das katapult man. Hast du wieder nicht das Geld eingeschickt? Nee, Quatsch. War schon da. Guck dir das mal das Portal an. Ja, da hebt er auch. Ist aber noch da, da kommen da welche raus. Ja. Bei mir ist es komplett ganz. Was? Nee, bei mir fehlen schon zwei Stücke. Okay, bei mir ist es ganz. Guck mal welche rausgeholt. Das ist super toll. Jetzt schneid's wieder oder was? Boah, ist das dumm. Ja, es schneid wieder. Brauchen wir noch Rekruten? Einer rennt hier noch rum. Wir brauchen hauptsächlich Bogenschützen. Und diese Spezialkrieger. Ja, da hab ich gerade das Geld reingesteckt. Da kommt jetzt wieder einer, ja. Ja. Ich guck mal ob ich wieder Parier finde. Hm, für Bogenschützen hab ich nicht genug Kohle. Guck mal ob ich noch irgendwo was finde. Guck mal, ich guck mal ob ich Parier noch ankriege. Wir machen einen Obdachlosen rekrutieren. Na ja, zwei Bögen hab ich schon mal hingestellt. Wenn dann noch eh, das nehm ich mit. Hier hinten sind ganz viele Obdachlose bei mir. Aber ich hab halt kein Geld. Okay, hier kommt das nächste Portal. Hier links ist nix aufregender. Selbst wenn wir das wegkriegen. Komm. Okay, hier links kommt irgendwie noch ein komisches Pferd. Neues Reittier oder was? Ja, oder? Das ist ne Kutsche. Ich hab das nicht gesehen bei deinem Portal noch dazwischen steht. Also rechts laufen bei mir 2, 4, 6, 8 Bogenschützen rum. Bei Reh im Schlepptar. Was ist denn weg, die Reh? Ein bisschen Geld hab ich. Haben wir Rekruten oder muss ich noch einen Rekruten holen? Hallo? Weiß ich nicht. Die Bögen sind alle weg. Dann investiere ich jetzt erstmal in Bögen. So, hier kommen wieder 2, 3 Leute angerannt und schnappen sich die Bögen. Ich hab wieder ein bisschen Geld. Man denkt daran, wir müssen auf jeden Fall 2 Angriffswellen mindestens starten. Weiß nicht wieviel Geld ich hab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 5, 8, 10, 8, 11, 12, 11, 12, 12, 13, 13, 13, da wird doch gerade was hochgezogen die fahren wir hier hier ist eine mauer glaube ich jetzt starten jetzt doppelt rein bezahlt vielleicht haben wir jetzt noch drei bilden hat er ein gott mehr das ist nur ein schwert kriegern mehr geht ja auch nicht zwei steine ausgeburkelt drei steine das war ja wieder ein witz wieder sehr beschissen der winter zieht ganz schön er hat keinen bock sich für mich zu verlieben oder was ich habe gerade noch genug gehabt um einen bogen hinzulegen die wir verloren haben die rekruten habe ich jetzt nur ran geholt ich habe das reben schleppt auch wieder anders kommt knallt ab ist dort drei gold ihr gott also ich kann eine welle rufen alter okay ich bin reich ja dann kaufe ich mal die leute ich glaube ich habe genug kohle um zwei angriffe zu machen und ich will jetzt gerade die wappen für die leute dann kostet ja auch glaube ich die leute müssen ja auch die neben nein gibt mir geld das ist nur ein bogen machen du hast für eine welle geld oder 22 müsste ich nun mal will und das restliche geld stoffe ich noch mal jetzt zwei angriffe starten geht nicht ich kann nicht noch mal ich möchte aber was sehen hier muss langsam mal weg vielleicht muss man vorher noch gold trocken und jetzt können wir das hier aufbauen und aus ja ich glaube jetzt passiert erstmal noch ein harter gegenschlag oder so dann gehe ich schon mal nach rechts ob rechts irgendwas kommt ich kann einmal von links nach ganz rechts laufen ohne dass wasser erschöpft ist jetzt hier aufrüsten und die bessere mauer und die handwerker so blutmund ist nicht da also bei mir zumindest nicht hier kann man jetzt das portal wieder aufbauen denn das ist ja bei uns dann kann man sich bieten aber man bräuchte hat noch auf deiner seite 1 da könnte man verlinkt direkt von meiner mauer auch 1 genau das können wir als nächstes gleich klatschen aber wir müssen erstmal hast du noch geld kannst du hier geld ein stoppen die befestigung bin sehr ärmlich gerade ich guck mal und bring mal die handwerker mit die kommen hier gerade nicht angejettet doch die sind auf dem weg die laufen ja jetzt doch wieder zurück zwei sind jetzt bei mir drei kommen jetzt ja ordentlich rein klatschen alter wo hat er das ganze geld auf einmal auf den schweiz hier das habe ich noch möchte gerne an der stufe hochziehen jetzt müssen das portal aufbauen ich bin auch wieder blank sagen dass wir sollte eigentlich reichen haben die nachts überstehen wenn man zwei geld rein schütteln ok ich glaube nur eins Ah, okay. Jetzt kann ich mir einen Wegpunkt setzen, aber ich beame mich jetzt von hier aus. Ah, du kannst nicht für zwei Gold jetzt einfach beieben an dem Ding. Aber jedes Mal zwei Gold? Ja, jedes Mal zwei Gold. Okay. Ah, hier hinten ist noch ein Obdachloser. Ob ich den noch kriege? Zwei Obdachlose. Obdachlose, dann bring ich das Ding hier noch hoch. Dann machen wir bei dir die Welle, oder? Weiß ich nicht, ob das was bringt. Wir machen bei mir weiter. Wird das nächste Portal noch knacken? Da kam ein Pferd noch, habe ich gesehen. Was war das denn? Na, es ist schon wieder Pacht. Die haben uns zu lange gebraucht, um bis zu unserer Base zu kommen. Wollte ich euch weiter expandieren? In die nächste Mauer. Leute reindonnern, kannst du da noch was? Okay. Können wir da links erkunden, da kommt der irgendwie hier? Na, dann müssen wir jetzt erkunden. Erkunde dann mal. Find mal raus, was das da ist. Ich versuche hier die nächste Mauer. Ne, hier kommt ein Portal. Ja, dahinter noch. Ah, dahinter noch. Da sind Pferdchen, ja. Für einen Diamant. Nur ein Pferd. Nur irgendein Pferd. Das sieht anders aus, als unser Standardpferd. Echt, ja? Ja. Kostet aber ein Diamant. Der Bär ist halt cool, damit ich mich erfüllen kann. Und dann ist hier wieder Ende. So, ich ziehe jetzt hier die Mauer hoch. Ja. Nach dem Pferd kommt noch eine Farm. Und dann das letzte Portal. Und dann das Ende der Map. Okay, dann macht das jetzt doch nicht so Sinn hier weiter zu gehen. Warte, 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 warte. Ich weiß nicht, ob mein Geld ausreicht für die nächste Mauer. Ja, das reicht noch. Wer die Maus reingefirken hat. Wer denn die ganzen Sichel-Typen hängen? Äh, zu den Büchen. Die backern die Büsche. Ja. Ja, rechtzeitig wieder nach Hause? Keine Ahnung. Die habe ich zeitlich schaffend auch die nächste Mauer aufzusehen. Ich glaube, sie schaffen es nicht. Was war das? Stürmst du gerade? Ich werde gerade angegriffen, weil ich versuche, die zu retten. Ja, das waren dann die drei. Bisschen, Timm dich. Bisschen, Timm dich. Ich glaube, wenn du deine Krone verlierst, ist es Game Over. Ich verliere meine Krone ja nicht. Ach, den konnte ich auch nicht mehr retten. Wie war ich verloren? Vier Stück, glaube ich. Irgend verloren. Bisschen. Ja. Das ist echt dämlich. Na gut. Ich glaube, sie sind rausgelaufen. Nur weil ich vielleicht da hinten den Busch angeklickt habe. Ja, ich wollte Geld haben. Die Kohle, die ich jetzt habe, gebe ich jetzt erstmal aus in Schutz, also Angriffe rechts. Ja. Ja, ich kann die ja rekrutieren. Wir rennen ja noch um. Ja, die vier habe ich zurückgeholt. Nur die sichern haben sie halt nicht mehr. Ja, die sichern. Ja. Oh, guck mal, meine Jäger hier draußen was geschossen haben, damit ich ihn ein bisschen амен Kohle kriege. Ist nein, du hast das schon wieder abgegrast. Ne. Die mache ich gar nicht. Da war bei mir auf der Seite. wird sie noch weiter zu expandieren hat er kein mauerstück hier kommt jetzt ein Stück mauer was können wir eigentlich mal nein viele haben sie hier nicht geschossen ja meinetwegen können wir mal einen Angler versuchen ich glaube genug vereinen ich bring jetzt gerade das nächste Stück mauer gerade in den Land ich denke du willst da jetzt nicht weiter expandieren keine Ahnung es gibt nur genug für einen Angriff nein dann brauchen wir ja noch Geld um die Leute abzulenken gibt es halt jetzt wieder ein neues Farbenland bis zum Busch jetzt expandiert der hier ist wo du die alle den Tod geschickt hast das bringt uns das Farbenland im Winter ja die tun ja da die Fische da beackern ja die tun ja da die Fische da beackern dann noch steht warte du warum gradest du das denn so hoch hab du verschwindest gerade voll viel Geld ja du musst das helfen ja wenn du soweit expandieren würdest dann würde ich doch erstmal da das komplett hochziehen und dann in der Mitte nur ein bisschen niedriger das schaffen die ja zeitlich immer nicht klar haben sie bei mir auch geschafft das ist doch cool so dann kommen wir jetzt rüber bei dir haben wir dir dann noch ein bisschen Geld eingefarmt gut machen wir jetzt bei dir ein bisschen Action das wird der sich eigentlich tragen das sieht so schwul aus wie dein Vieh da hoppelt ich würde auch lieber den Bären nehmen reisen reisen eins kommt im Winter gar nicht klar so die Schildtypen hast du schon an? ja muss mal gucken ob weiß ich nicht oder ich oder ich ok ja dann stehen sie hier auch schon warten wir den Angriff ab? muss gerade im Gange sein oder? ich glaube bei mir greift kaum noch einer an Portal ist inaktiv auch seiner sind schon abgewährend haben ich werde mal kurz noch vor schnauben dann starte mal hast du das Geld für zwei Angriffe? nein nur für einen wie oft denn noch? ja 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 alles klar ich hab doch bezahlt na für zwei Angriffe ich könnte noch zwei Angriffe machen ja ja ist klar wie viel Cola hast du denn? ich könnte dir das Geld geklappen werden ja ich glaube das wird nicht reichen ich habe noch ein bisschen mehr Geld in der Zwischen ich habe noch ein bisschen mehr Geld in der Zwischen Mist! wo nimmt er das Geld nicht? ich hätte sie direkt wahrscheinlich am Portal hin machen müssen ey ihr Wichser nein 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 zwei Bogenschützen verloren zwei Bogenschützen verloren ich werde nur noch der Geld einsammeln ja ja hier ist nicht viel mit Geld einsammeln bei mir du hast ja gar keine Bescheid ja ja ich kaufe gleich zwei Schilder dann rein ich zu mir ja heute hast du ja wieder gerettet ja wir haben gerade zwei Bogenschützen verloren der Rest hat überlebt nur ein Gold warte 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 hast du nur drei Gold? nein ich bin blank �urcht Prenn wir mal das Geld räumen ja mach mach mhm hm 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 Dein Vieh muss nicht verschnaufen? Nö. Gar nicht? Also jetzt schnauft es gerade ein bisschen, aber dann frisst es einmal kurz und dann geht es ihm wieder gut. Nee, das kann ich ja hier nicht wegen dem Schnell. Da ist deins deutlich besser. War auch teurer. Bist höher? Ja, hat drei Diamanten gekostet. Ja, ich glaube zwei gekostet. Und dann glaube ich nochmal sieben Münzen oder so. Ganz so gut angesteckt, jetzt bist du reich, wa? Nee. Ich habe fünf Münzen gekriegt. Nee, nicht. Du hast hier keine Pekiniere mehr, ne? Gehst du dir rüber gerannt oder was? Schlecht. Ich werde schon mal die Bäume weg, um gehört zu kriegen. Mit dem Geld. Haben wir überhaupt noch Farmer? Hier läuft noch einer rum gerade. Ja. er hat sich das gold geschnappt ich glaube wir haben insgesamt nur noch ein farmer jetzt habe ich das gold in die farme gelten ist gerade gestoppt das nicht gut kann sein dass ich jetzt genug habe für einen farmer wenn er kommt und sich die abholt die rechnen sie schon vier sträuchte aus jeden stroche mit der drei geld dafür sogar so ich habe wieder ein bisschen was auf der kante könnten wir angriff starten und ich glaube wir haben keine rekruten hier kommt gerade keiner an der sich die sicher holt ich habe noch zwei münzen bei mir kommt kein geld du hast ja alles da in dieser scheiß mauer investiert damit die farme auch safe sind ich kaufe jetzt drei rekruten dann habe ich noch vier münzen übrig hier kannst du in das schild reinstecken jetzt sind doch nur drei münzen naja das bringt aber noch nix dann muss ich nochmal geld sammeln wenn ich geld habe dann starten in angreifen in 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 Nö, ich bin zuerst. Nutzst du dir jetzt das Geld, okay? Ich guck nur mal. Alter, das sagen sie alle. Ich guck mal gleich rein rein, wenn der Busch wieder wächst. Haben wir gleich was zu tun. Gott, die haben kein Geld, ihr Schweine. Ja. Paulus Pack. Nein. Die Bäume gar nicht abhacken. Nee, die sind doch zu nah am Portal. Dann haben wir hier was rausgehauen. Ist da bei einer? Drei oder zwei Münzen habe ich jetzt schon gekriegt, ja. Wie viel Geld habe ich denn noch? Ich habe mir noch einen Peking hier. Der schafft ja auch Geld ran mit den Fischen. Okay. Sch Tre chain. Baute. Dann gehen wir mit den Umschassen. Ach, na glaube ich. Vielleicht haben wir Swann das verh Cafè. Tak, nehm. Das war's für heute. Auf jeden Fall noch ein paar Rekruten wieder. Ich glaube, der Farmer hat jetzt einen Tod. Er hat umgedreht. Macht das auch? Okay, wir müssen picken hier. Ne, ist nicht angekommen. Ich habe nochmal fünf Münzen in den Rekruten investiert. Okay, einwandfrei. Ja, dann. Können wir es versuchen? Wie viel Geld hast du in der Tasche? Keine Ahnung. Zwölf. Wenn überhaupt. Also zehn bestimmt, aber... Je mehr wird es noch sein. Könnte klappen. Ich brauche nochmal, glaube ich, zehn Münzen. Wir brauchen auch was, um die Mauer dann hochzuziehen. Die Mauer kann auch später hochgezogen werden. Bestimmt auch wieder. Das wird machen. Sprennen, ja. Das ist nicht so dämlich. Jetzt kommt, glaube ich, Blutmode, ne? Die Zahl war auch rot. Ja, scheiße. Na, dann lassen wir es am besten noch, wa? Ja, dann gehen wir auf deine Seite, oder bleib mal auf deiner Seite. Wird hier noch ein Pekingier jetzt holen. Da muss ich auch noch einen. Einen Rekruten könnte ich hier noch holen. Hat es auch genau ausgereicht. Der Blank. Ich bin bei Einnahmen noch. Ob bei mir überhaupt ein Rekruten ankommt. Einen habe ich auch nicht für jetzt gerade geholt. Ja, einen hatte ich ja auf dem Hinweg auch geholt. Ist aber zu mir geholt, dann hätte ich die Pickel genommen, ja. Ich habe auch einen neuen wieder geholt. Hier rennt zwei rum. Kann ich mal einen Fisch hier aus dem Fluss ziehen? Nö. Guck mal. Fisch. Untertitelung des ZDF, 2020